Weg, 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 mehr Sternchen. Hi, na, noch ein Level von Jackie Bucks, heute machen wir mal weiter. Die sind so schön knackig und kurz, da kann man aber eben durchrushen, das geht. Lava mit Hindernissen, ich wünsche euch viel Spaß bei den Leveln. Ja, natürlich. Auch wieder so ein Moment, wo man einfach nur Sachen durchprügelt. Ich weiß, ich bin ein einfacher Mensch, wenn ich da so Gegner sehe, die ich normalerweise verabscheue und ich da reingehen kann und die erstmal schön wegzwiebel. Dann macht das wieder mehr Spaß, dann geht das. Okay, moin. Okay, jetzt habe ich Yoshi. Sowas meine ich hier. Direkt Sterne an anfangen, Blume weg, Kettenhund weg, Bowser weg. Hier, euch auch alle weg hier. Den weg, 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 mehr Sternchen. So, euch auch noch weg. So, Geld. An das andere Geld komme ich nicht ran. Das ist wie im echten Leben, aber ist nicht so schlimm. Hammer. Ich würde dir vielleicht raten, mich nicht nur so dünne Plattformen zu machen, sondern vielleicht auch ein bisschen was Dickeres, dass man da wirklich das Gefühl hat, dass man drauf laufen kann. Ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn man da mitten in der Luft rumwatschelt. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Wenn ich ein Level baue, dann muss das immer so sich anfühlen, als wäre das statisch irgendwie korrekt. Aber das ist ja auch wieder Augenwischerei, weil es ist ja Mario, ne? Da ist ja gar nichts korrekt. Tja, wie auch immer. Ich wünsche euch was, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.